Nimmst du auf, ja? Obergeil Ja, was machen wir hier eigentlich? Ok, warte Ne, ne, hier wird nix gestippelt Das ist hier anzensort Hallo liebe Leute Wir müssen ja nicht erwähnen wer wir sind Es wird nämlich ja gerade hochgeladen Denke ich, wenn es klappt mit dem Internet Aber müsste schon passen Wir bedanken uns Für die Nominierung Der Eisbucket Challenge Eisbucket Challenge Von der süßen und geliebten Smöbbi Smöb DJ Insunique Und von dem Herrn Heger MC Krash Dankeschön Wir brauchen glaube ich nicht erklären, dass das hier ein Zeichen ist Dass wir die Challenge angenommen haben Vollkommen richtig Vollkommen richtig Eis ist gekauft Ja Wird dann auch gleich losgelegt Genau Aber wir nominieren jetzt erstmal unsere Leute Stimmt Ja, wen könnten wir nominieren? Stefan Haschke Ja, unseren sehr guten Freund Und Studiopartner Dann werden wir nominieren DJ Mystery Ja, stimmt das auch gut Dann kann auch mal ein bisschen nass werden Und ich gebe jetzt die Retourkutsche an Gabby DJ Gabby, Stefan Ulber Für FIFA 14 Dafür, dass ich das so leiden musste, musst du jetzt halt auch herhalten Finde ich eigentlich gut Ich würde sagen, dann sobald ihr das seht Hopp hopp, ne Tu das auch Und wir legen jetzt mal vor Tor Oder Nee Ja Mach mal auf jetzt Wir machen auch gleich auf Alles rin oder was? Hast du überlegt, das fallen jetzt 2 Kilo auf den Schäden Naja, mal 2 Kilo So Naja Oh, das sieht scheiße aus Das sieht mega kattig Das gefällt mir nicht Jetzt zieht sich jetzt schon alles zusammen Inklusive meinen Genitalgut Naja Naja, alles rin Mit nem Bauhelm oder irgendwas Na gut Naja, gut Oh Ne Nee 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 Vielen Dank. Vielen Dank.